Hört mal, morgen habe ich einen Polizeitest über Verhörmethoden. Kann ich vielleicht mit einem von euch üben? Jackie, willst du? Oh nein, ist dein erstes Mal. Du brauchst jemanden, der nicht so viel Rückgrat hat wie ich. Versuch's mit Eric. Ja, gute Idee. Also schön. Mr. Forman, falls das tatsächlich Ihr richtiger Name ist, was haben Sie denn so gemacht, sagen wir gestern? Von mir erfahren Sie gar nichts, Bulle. Ich bin keine Ratte. Verdammt, was soll das? Ganz locker, Eric. Ich spiele nur guter Bulle, böser Bulle. Das war der böse Bulle, aber der ist jetzt weg. Und jetzt gewinnt der gute Bulle dein Vertrauen. Hey, wie geht's, Kumpel? Ach du liebe Zeit, was ist denn mit Ihrem Modell passiert? Erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn gestern so gemacht? Ich bin vom Restaurant nach Hause und hab sechs Stunden an dem Modell gearbeitet. Ähm, entschuldigt bitte die Unterbrechung, aber war da nicht was mit dem Mädchen, das im Kino die Getränke verkauft? Was? Ja, sie hat sich gefragt, warum du sie nicht mehr anrufst und du darauf... Oh. Meint er etwa das Mädchen im Kino? Donner, ich stelle hier die Fragen. Meint er etwa das Mädchen im Kino? Was ist mit deinem Ich-Kenn-Sie-Kaum? Was ist mit deinem Ich-Kenn-Sie-Kaum? Warum hast du sie angerufen, Eric? Warum hast du sie angerufen, Eric? Es ist doch halt endlich die Klappe! Oh ja, es wird heiß hier drin, nicht wahr? Ja, es wird heiß hier drin, nicht wahr?